So, aber jetzt killen wir ihn. So. Nix gibt's. So. So, hier müssen wir wieder gut ausweichen. Dass wir hier nicht zu viel Schaden ziehen. So, gleich mal einen Haltrang reingepfiffen. So. So. Ebenfalls, boah, kriegen wir, sind wir hier schon ein bisschen besser unterwegs. Aber leider nur ein bisschen. So. So. So, heilt man kein. So. Hauen wir hier nochmal So Nein Jetzt bin ich voll reingelaufen Ah fuck Das gibt's nicht Das gibt's nicht Bin ich denn schon so schlecht geskillt Dass ich hier Gleich nochmal verreckt So weiter hier Laber nicht Junge Ah Ich dreh durch Sie wurden aus dem aktuellen Spiel entfernt So egal So Zum Glück vom Anfang an her Nicht mitten im Kampf Jetzt darf ich mich wieder dahin kämpfen Das nervt echt Ich freu mich jetzt leer So Ja jetzt leer Komm mach hinne So wie ich ist dir beigebracht Träbe zack Sagt euch nicht um uns So los hier Jetzt Die Sache dürft ihr jetzt schon kennen Deswegen geht das ein bisschen schneller von Starten Würde ich jetzt mal sagen Sicher ist hier gar nichts So weiter hier Ich hoffe dass er heute noch sterben wird Der Meister Dann wird er jetzt noch fertig Aber früher oder später muss es ja zum Schaffen sein Dass man klein kriegt So Die Illusion dieses Zauberers Versperrt und geht weh So So Bleibst du mit dir Feigling Ich sag nur Feigling So wieder alles mitnehmen Auch wenn wir schon alles doppelt und dreifach haben So Plus 140 Leben Ja aber noch mehr Leben bringt mir kaum was Das ist ja das Macht komische Geräusche So Ich weiß nicht wie ich ihn aufstellen soll Dass ich den Jungen besiege Ich weiß es einfach nicht Es muss doch schaffbar sein Aber die Taktik Die erste Runde lang hat es funktioniert Die zweite dann leider nicht mehr Also so abwegig ist die Sache nicht Ich Ich fühle mich so schwach Ich weiß nicht ob ich das kann Du musst Jetzt Die Kraft ist in euch Lea Es liegt jetzt an euch Beeilte euch Ich muss hier bleiben und mich um Lea kümmern Ja ja kümmere dich um Lea Ich gehe mal wieder hier durch So aber diesmal schaffe ich es endlich Du quatsch nicht lang Sondern du gehst jetzt zugrunde Zugrunde gehen tut hier Alle miteinander Und ich schicke euch in die ewigen Jagdründe Hoffe ich jetzt mal So Da noch ein bisschen Riss So So weiter So So Lauf auf den Jungen Ich werfe diese lächerlichen Illusionen von mir Seht das wahre Gesicht Des Herrfers Der Hölle Fick dich Du musst dich doch irgendwann töten können So Der hat mich jetzt schon wieder volle Kalle erwischt Ich weiß nicht wieso Ich weiß es nicht So 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 Auf keinen Fall So So Die ruhen Die ruhen scheiße So Die müssen hier irgendwie klein kriegen Ich weiß aber nicht Ich bin geheilt So Es ist gut dass du geheilt bist So 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 Aiii 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 Zaw So, weiter drauf hier So Er wird schon langsam Mau hier auf der Brust Hoffe ich jetzt mal Ich komm sicher Ah, fuck off Es läuft gut, aber ich wills nicht verschreien hier So Es dürfte die letzte Runde sein Hoffe ich jetzt Nimm ständig Ja Wir haben ihn getötet Lang, lang hat's gedauert Lang Ah, nehmen wir uns alles mit, was wir uns reglich verdient haben Ah, geil So Schutz 0,3 So, zwei Schutzringe, die wir nicht brauchen können So Belial's Seele Die nehmen wir uns Die können wir ja so gut brauchen Schnell Lea Schließ Belial's Seele in den Stein ein Es ist ironisch, dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle Lasst uns aus seinem Leben lernen Je länger wir gegen das Böse kämpfen desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben So So Sprecht mit Tyrael im versteckten Lager Das machen wir doch direkt Nachdem das wir das geschafft haben So Lauf mal zurück Der jubelnde Menge entgegen So lass ich mir das eingehen Wenn man hier Äh, schon so einen mächtigen Gegner zerlegt Dass man hier gefeiert wird 42.000 haben wir schon wieder So Die Welt sieht in dieser Zeit so anders aus Ja, wo du recht hast, hast du recht So, weiter hier Huhu Bejubelt mich Bejubelt mich Bejubelt mich Ja, ich hab ihn erledigt So wie es sich gehört Bejubelt mich So muss sein Ihr müsst mich bejubeln Ja, jubelt weiter Schreit nur So wie es sich gehört So, verstecktes Lager Dann sind wir hier Tyrael Altes Haus Erzähl mal was Heute ist ein guter Tag Ihr habt dieses Land befreit Und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen Genießt diesen Moment Denn morgen geht der Kampf weiter Keine Zeit sich auszuruhen Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde Du lernst schnell Lea Du musst jetzt in die große Bibliothek von Chaldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen So, sprech mit dem Was? Egal Wir nehmen es zum Anlass und Beenden für heute die Aufnahme Mittlerweile nervt es schon wieder So Dass man hier nicht weiter kommt Ich sag dann mal wieder Tschö, bis zum nächsten Mal Guten Tag Leute Da bin ich mal wieder mit Diablo 3 Und hoffentlich bin ich jetzt nicht mehr Absturz geplagt Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt Im Forum habe ich mitgekriegt Im Diablo 3 Forum Am was es liegen könnte Ich habe es jetzt mal ausprobiert Und ja, jetzt testen wir mal Ob das jetzt funktioniert Ich hoffe sehr Weil mittlerweile nervt es schon ziemlich an Dass ich jede Viertelstunde, 20 Minuten hier rauskacke So, und dann Fangen wir mal wieder an Und reden mit dem Karawanenmeister Ich kann jederzeit aufbrechen Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid Aber natürlich gehen wir in den nächsten Akt So, bin ich gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt Okay, du kannst Training Okay, wer Dreh Ich bin gespannt Não, du kannst es schauen Ich bin gespannt Dieser ist ja Àn Ob, es� DerGold tiếng ist ähnlich Gib mir, Onkel, was ist es, das ich sehen sollte?